Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei den FIFA Muffins hier in Liga 9 bei FIFA 17 gegen Bo-Charp, ich hab keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein holländisches Trikot, eine holländische Mannschaft und äh, ja, eine neue Saison ist am Start, jetzt geht's wieder um die Punkte, deswegen, es geht wieder um die Apache Pimmelin. Ugl, wir seien es! Ich hab gerade eben den, den Experten am Feldrand zugeschaltet. Ugl, wir seien es, Ugl, wir seien es! Ugl, wir seien es! Ugl, puh! Nenno, warte, du bist jetzt da! Sascha! Oh, das war ein Trotern, Alter! Das war ein Trotern, Alter! Das war das, ne? Ugl, ich frage den Publikum. Blüdet fett, Asche, Asche, Blüdet. Oh man, ich zieh nix mehr gerade, ey. All nice. Was ist da passiert in der Gesellige? Ey, guck mal. Lang, lang, lang. BÄM, ZUANG! Boah, ich war fast noch dran, Alter. Seid ihr wahnsinnig, ey. Was sind denn das für Chancen hier? Wer ist der Grüne? Herr Bronz. Der liegt da irgendwo. Hallo. Ich bin da leer. Wir haben ihn nicht. Was war das? Was ist das denn, Alter? Boah, Alter, fast in die Liebe. Doom-Rakete, Alter. Ich flieg manchmal auch bei Bronz hinten rein, Alter. Lecker, der Grün. Boah, schön wär's, Alter. Boah. Boah. Geh, Jungs, ey. Das ist schon mal ein passender Auftakt hier, ne? Oh, oh, oh. Schön gespielt. Oh. Ja, nice. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ein schöner, Alter. Oh, nice. Was? Oh Gott. So, Sascha, man. Oh, Sascha, man, siehst du aus wie'm Biermann. So, Sascha, man, siehst du aus wie'm Biermann. Ja, ich kann nicht mehr hören auf, man. Oh, will ich mal selber. Oh, der wird auf und macht selber was. Die Leute wissen gar nicht was wir meinen, ey. Ja, aber Insider sind immer gut für die Leute, wir können ja mal rausfinden was, das ist... Wir können ja mal rausfinden, da. Ja, den Sprecher weißt du auch. Der Typ guckt Let's Plays, man. Der findet die Folge und schreibt in die Kommentare. Der macht Beschwerde-Video. Alter, was hat denn, Alter? Feierrückzieher! Spiel, Mann. Wieso spielst du nicht, Alter? Ich hab ja gar keine Feierrückzieher, Mann. Das ist eine Eckfahne, Feierrückzieher. Bestimmt nicht in den Durchschreisbrotzen. Wie denn, Alter? Ich mach' wahrscheinlich, Alter. Hä? Ich bin grad für'n Hexe, Alter. Der Dolce ist so, Alter. Das ist mit meinem Motor, Alter. Der macht dann den Frontflip, Alter. Der Motor ist abgesoffen, Alter. Der macht dann Frontflip, guck mal, der steht da, Alter. Ich weine, Mann, hör auf, ey. Habt ihr's nicht gesehen? Oh, wie die Chance ist da, wieder. Alter, wir machen echt Druck gerade hier auf Niederland. Auf Niederland. Das klingt drückend, der Trainer draußen an der Linie. Oh, ich will mit dem, ja. Ich habe es selbst. Ja, ich bin eigentlich bei einer Freie, in die Epoche gequätst gelangt, an der Stemmann. Tieck. tit ăn igen tit Ogello Ich kann hier Best Valley Imitation 2016 Ja du mein tolles Spiel Ja du mein tolles Spiel Die Torson fliegen alle so durchs Bild Weißt du? Oh 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 Okay Leute komm Was sagt der Trainer dann dem Major? Erzähl dir aber was los ist daran Komm flank mal da lang okay? Guck mal die lassen mich alleine Jetzt Oh sorry In Frage Wieso hast du nicht flank geflankt man? Sorry Major es tut mir leid Major wie kann ich einen Fallrückzieher machen? Erstmal musst du dafür gut stehen Boah Alter Alter bist du verrückt Alter Lennon pass auf jetzt Und dann Momentan funktioniert das Eigentlich mit der Tricktaste Und das ist L2 Ich weiß aber nicht ob man dafür ne Eigenschaft braucht Doch du brauchst das ja Okay Oh Gott Aber macht der ohne die Eigenschaft gar keinen Fallrückzieher? Ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Der macht da noch seitwärts Komm 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 jetzt Geh ruhig hoch Okay lauf lauf Lennon Komm 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 pump durch Pump durch jetzt Rein 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 Die war nicht so geil leider Ich glaub die musst du so ein bisschen aus dem Halbfeld machen Weißt du damit die wie so ne Bananenflagge so reinkommen Spiel in die Mitte komm Das sind Bananen Hallo Nochmal Boah Alter Ja nix boah das war scheiße Taro Ja ich bin da voll frei reingerannt Alter Das steht 0-0 Leute ey Ihr wisst ne Ja stimmt Zwar hat jeder gerade seinen Spaß aber Kritik Stimmt Hast du recht das war kein zu Halos war ein Faul Mann Ja Du das hast ja verdient man Mitspieler so weißt Oh Lennon Oh Lennon nicht so weit zurück Dann hast du draußen auch Ausdauer Bitch slap Allah Bitch bitch Ja das sprint ich lauf einfach nur zurück immer Okay So Oh Ibra im Gegner Team Wie bitte auch Echt wo Komm Da ist so Noh Komm wir haben Platz leider komm Warte warte ich renne wir haben Platz Jawoll nice Ahhhh Nice man Der hat gut reagiert Oh Gott Boah Jawoll Weg damit Bisschen Ruhe rein Bisschen Ruhe rein Boah Ne scheiße Machen wir zu start Mit am Start Ja nice Toll Ja Thorst Oh ist Mann ey Okay wir haben viel Zeit Alter was für viel Zeit Jetzt hast du es verkackt Wir haben Zeit alles gut Ey die Mitte war Alles gut alles gut Wir müssen bei FIFA 17 Müsst ihr viel mehr über die Mitte spielen Oh Nochmal Fank mal rein Oh Komm 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 Mit so einem gelben Ne erstmal Verwarnung hier Bei mir sind die Cinematics irgendwie von Left Ja das Spiel ist echt sehr verbuggt Hey bei mir ist das gar nicht Auch am Anfang immer Voll die fetten Grafikfehler und so Boah Hä Überhaupt nicht Überhaupt nicht Direkt der ganze Spiel schrott Oh der ist gut Komm jetzt Jetzt haben wir Platz Leute Komm Jawoll Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ja lauf Sascha Okay Alles gut Ball flach Oh schade Ah Wir haben noch Wir haben noch Oh Ball flach halten Und vorne bleiben Das ist dezent abseits Alter Okay Erste Halbzeit ist gleich vorbei Aber wir müssen ja echt mal die Chancen nutzen Leute Hölle des Hölles Grauens Ja So komm jetzt Oh Gott Kade Mann Das steht 0-0 Freunde Guck dir das mal an alter 0-0-0 und wenn die gleich ein Tor machen dann raste ich aus 0-0-0 Wir haben vier Schüsse aufs Tor und gar keinen davon rein gemacht ey das ist echt Unglaublich Das ist echt scheiße Geht gar nicht Leute Verdammt Aber ich mein wir spielen hier zu Hause ne Auftaktspiel in Liga 9 dann kann das so nicht aussehen Freunde das geht nicht Können wir eigentlich schon irgendwie Stadion oder so wechseln Das können wir gleich mal Ich kann ich gleich mal gucken Was haben wir denn von wem Können wir mal die Manager fragen Von QPR aber Wir bleiben drin ne Was Wir bleiben drin ne Ja wir gehen raus Alles klar Jetzt zur Halbzeit alle raus Boah Alter was das denn Leute ganz ruhig ganz ruhig Was das denn jetzt Hey Leute Chill dich Hey Leute Hey Leute Sag doch einfach ey Sascha man Nein man alle zusammen Was ja du spielst viel zu weit hinten man Schön Hey 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 Das war kein Abseits Hey Ich hab so geile rübergekickt Alter Was war das im Kopf Weil Irgendwie ist grad Hast du das gehört Leine so um den Tick hier Ja Mh Decken Ich brauch Decken Ich brauch hier Decken Ich hab meinen hier Die Rollen entdeckt alles mit der Krise Ich hab meinen hier Franz Ah komm Wehe Ich wollt schon sagen Guck mal Ja ich sehs 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 Ich hab der so kack geschossen man Wurde nicht Haben wir haben wir alles gut alles gut Alles gut Befreie mich vom Seemon Jawoll Komm Leute Okay Wurde nicht Ja Park Oh bitte nicht ey Hau ab Ich brauch da hoffentlich Offenlinie Alles Bar Schiri verheift Mager geht Jawoll nice Wir kommen wieder mit Wir kommen wieder mit Mitte 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 Alter Was war das seh Ich hab nur gespielt Ich hab nur mit der so gespielt Partale Fehler Fehler waren Ich hab nur die Tasse gedrückt Digga was willst du überhaupt mal Komm herher Oh shit Oh oh Boah nice ey Sehr geile Grätsche Pizzack Looking for paradise alter Schön nochmal Lauf Nein Lauf doch Ihr seid Zu hektisch Leute Musst du abdrücken Abdrücken Abdruck Scheißhausmann Hätt der weiter gehen können Nicht abdrücken Ja ich weiß Ich hab einen Doppelpass geahnt Der kommt Der Verteidiger hat wieder Flang 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 Was hast du gesagt wenn man schon gedrückt hat Dann einfach rechts unten drücken Den R Beide Schultertasten Wovon redet ihr jetzt vom Klo Okay Okay Leute jetzt will ich den Konter sehen Komm irgendwie Irgendjemand muss da vorne stehen Ja ich lauf nach vorne warte Ich steh vorne Ja kommt Bamm Warte ist auch da Ich kämpf mal zu Sascha Hast du? Jawoll nochmal 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 Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig jetzt 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 Oh Hast du Leider nicht Lenno Alles gut Alles gut Oh was hast du denn man Hey Bist du besoffen Schiri Was hab ich jetzt gemacht Der hat den an den Arsch gepackt Ich hab genau gesehen Hast du Lenno Schön Ich renn durch Bitte 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 Komm komm Ist noch Ist noch Ey das gibt's doch nicht ey Der hat alles Alles gut Alles gut Haben wir den? Ja ja wir haben den Guck mal die stehen da Ja nice Geh mal rein Geh mal rein Geh mal rein Jetzt Geh mal rein gehen kann ich nicht Ich steh so tief drüben Ich steh so tief drüben Schieß 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 Alter der hat den so scheiße angenommen Der Beatle da mit seiner Beatle Frisur ey Der ist voll schnell man da oben man Der Horst Machst du recht Hab ich hab ich hab Hey wechsel doch nicht den Spieler Der hat den Spieler gewechselt okay Alter Lenno Hä Das war echt gefährlich ey Oh ich steh grad so frei vorne ne Versuch mir Boah Hahahaha Alter Die kann keine Freistöße Hey 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 Ja die Holländer können das nicht glaube ich Hoff ich Hoff ich Ja ich weiß Holländische Schützen gibt's immer gut ey Okay man den halt ich jetzt Den block ich jetzt Guck mal was der Linksmacher Wer schiebt der Ey geh mal weg da Oh shit Oh shit ich glaube die wollen dasselbe machen Major Okay was soll ich machen Du musst dir hier den Schuss rein rein Wir werden alle da rein Ne sie schießen oder Jungen mach doch jetzt Warte mal ich geh auf die Linie Ja Perfekt Nein die spielen bestimmt Alter seid ihr fertig Man muss ja doch mal von selbst schießen Jetzt 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 spring 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 Uff Boah Alter raus damit raus 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 Konter 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 Ja alles gut Go 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 Ich kann nicht viel rennen deswegen Warte 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 Ich biete mich an Nehm bitte mit Ah Okay Ja ich mach Wappeln Oh nein Das geklappt ey Okay warte ruhig 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 Hab gedrückt Scheiße Jetzt kommen die man die kommen jetzt Abseits Jawohl Nice Kevin Ich wusste den wusste Sascha musstest du machen wie vorhin wieder Beide nach vorne und dann go Okay machen wir Okay Leute nochmal Nochmal direkt Nice Lenno sehr geil Ja diese hohen Benning Geht alles gut alles gut Danke kommt Komm schon Komm schon Nochmal Oh nein Alter war das Ey diese Ableger die sind so geil man Ja Wolltest du das Sascha oder Ja das hat er vorhin im Spiel auch die ganze Zeit gemacht Okay Leute komm jetzt Rein da mit dem Ding Kann nicht sein dass die Holländer hier Okay zurück 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 Oben Aufteilen Jungs Oben ist einer ey Dass der den da hoch ballert Schaffst nicht Major Was Hast du Oh shit Okay du leine okay du Fuck Schön Sehr schön Okay Ja Warte 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 Jawohl nice Okay jetzt Ich komm auch mit Bin da ich bin da hier Du bist im Abseits Du bist im Abseits Jetzt nicht mehr Mach irgendwas Komm 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 schon jetzt rein 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 Boah Mach das Was ist das Was ist das Ja das war aus der Drehung was soll ich machen Du hast rumgepasst man Das war Kreis ich schwöre Komm schon rauf da Jawohl Mach ich schwöre Ich hab mich ab Schieß Der hat den vorgelegt Wir haben echt so ein Pech gerade Ne ohne Witz Hab grad zu Sascha gespielt Ich hab auf A gedrückt, der macht das nicht. Junge, die haben Schitz, man. Komm jetzt. Ein Angriff noch. Spielt den gut runter. Komm, komm, komm. Nochmal schnell. Ich komme, ich komme, Major. Ja, ich seh dich. Oh, komm ich um. Ja, ja, ja. Oh Gott. Alter, geil, Mann. Ich freu mich, ob er nicht tot ist. Ohne Witz. Wie oft kriegen wir in den 90 Minuten das Ding noch rein? Das gibt's nicht. Aber ganz ehrlich, das haben wir uns auch verdient. Ohne Scheiß, ne. Den Sieg haben wir uns mehr als verdient. Geil. Und Sascha steht da, Mann. Okay, Leute, jetzt alle mit nach hinten. Die ersten drei Punkte sind wichtig. Voll sauber. Richtig geil, Leute. Richtig nice. Nice. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, haut mal das Feedback raus da für das erste Auftaktspiel in Liga 9. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit sein. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Ich weiß noch nicht in welcher Besetzung, aber mal schauen. Bis dann, Freunde. Und tschüss. Ich hätte lesen lain leave. Begleiten. Bis dann, Freunde. Ich liebe dich also. Und dann, travelled mal dort hin. Bis zum nächsten Mal.